So, heute geht es um eine der Hauptanwendungen der Teilspielperfektheit oder der Rückwärtsinduktion, nämlich Verhandlungen. Und insbesondere das Verhandlungsmodell von Ariel Rubinstein, 1981. Der hat ein Modell aufgeschrieben, bei dem die beiden, es geht um zwei Spieler, die beiden Spieler immer abwechselnd Angebote machen können. Und dann kann jeweils der andere Spieler das annehmen oder ablehnen und danach ein Gegenangebot machen. Diese Form von sehr, sehr strukturiertem Verhandeln ist sehr gut lösbar. Ansonsten sind natürlich viele Verhandlungssituationen relativ kompliziert zu modellieren. Oft gibt es überhaupt kein formales Protokoll, bei dem die eine Seite was annehmen kann, dann ein Gegenangebot machen kann und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich auch, ob das eine Rolle spielt. Und es stellt sich heraus, es spielt schon eine relativ große Rolle, wer wann ein Angebot machen darf oder es annehmen darf. Und das können wir besonders gut darstellen, wenn wir dieses Verhandlungsmodell in der ganzen extensiven Form darstellen. Und dann können wir genau überlegen, wann hat jemand einen Vorteil, durch was wird dieser Vorteil bedingt und so weiter und so fort. Das sind also die Fragen, die man sich mit diesem Modell anschauen kann. Bei diesem Alternating Offer, also immer abwechselnde Angebote, Modell ist es relativ klar. Der beginnt ein Spieler und dann wird immer abgewechselt in den Angeboten. Als Anwendungsbeispiel kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel Lohnverhandlungen geführt werden, wenn der Verhandlungsspielraum fest vorgegeben ist, also irgendwie alles ist drin zwischen 0 und 4% etwa, dann kann man verhandeln und am Ende werden die sich dann irgendwo einigen müssen oder auch nicht, je nachdem. Jetzt, um das hier zu etwas zu vereinfachen, nehmen wir an, der Verhandlungsspielraum, das Surplus, das, was zur Verfügung steht, man nennt es auch auf den Kuchen, der zu verteilen ist, den normieren wir einfach auf 1 Euro. Damit wir nicht die ganze Zeit irgendwie jetzt hier mit größeren Zahlen hantieren müssen. Also einfach 1 Euro gibt es zu verteilen und die Frage ist, wer bekommt welchen Anteil davon. Diese Art von Verhandlungsmodell haben wir gerade schon in einer extremen Form kennengelernt, nämlich das Ultimatum-Spiel. Da war es ja auch so, Spieler 1 macht ein Angebot, also der Proposer macht ein Angebot, wie man den 1 Euro oder 10 Euro oder 100 Euro, was auch immer, aufteilen soll und Spieler 2 kann dann nur Ja oder Nein sagen. Und er kann aber kein Gegenangebot mehr machen. Das ist so eine sehr, sehr kurze Verhandlung, eine sehr extreme, sehr einseitige Verhandlung. Und das wollen wir jetzt einfach erweitern mit möglichen Gegenangeboten. Also könnte unser Spiel jetzt zum Beispiel so aussehen. Sie sehen, die erste Stufe, das ist jetzt ein 3-Runden-Spiel, Runde 1, Runde 2, Runde 3. Die erste Stufe sieht eigentlich genauso aus wie das Ultimatum-Spiel. Mit der Ausnahme, dass wenn hier, vorher stand da eben, wenn der eine Spieler das dann abgelehnt hat, also wenn Nein gesagt hat, dann haben beide Spieler 0 bekommen. Und jetzt ersetzen wir diese Auszahlung von 0, 0 durch ein Gegenangebot von Spieler 2. Also nochmal langsam hier, Spieler 1 macht das erste Angebot. Er kann ganz, ganz viele verschiedene Angebote machen, deswegen haben wir hier so ein ganzes Kuchenstück als Angebotsraum. Also alles zwischen 0 und 1 ist da möglich. Dann macht er ein Angebot, wobei S1 immer das Angebot ist, was er in der ersten Runde gemacht hat. S2 wäre das Angebot in der zweiten Runde, S und so weiter. So wird es typischerweise aufgeschrieben. Und das ist auch das, gemeint ist, das Angebot, was er für sich selber vorschlägt. Und natürlich, da der Kuchen 1 ist, bekommt der andere Spieler dann die Auszahlung 1 minus S1. Wenn es angenommen wird, wenn es hingegen nicht angenommen wird, darf dann Spieler 2 an dieser Stelle ein Gegenangebot machen. Er sagt dann irgendein S2, wobei wiederum S2 das ist, was der Spieler 1 bekommen soll. Und für sich selber würde der Spieler 2 dann 1 minus S2 vorschlagen. Wenn dieses Angebot dann angenommen wird von Spieler 1, dann wird es so aufgeteilt. Und wenn es nicht aufgeteilt wird, wenn es nicht angenommen wird von Spieler 1, dann kommen wir in die dritte Runde. Und in der dritten Runde passiert eigentlich gar nichts mehr. Da wird einfach ein exogenes Angebot festgelegt. Das ist schon von vornherein klar, das ist S und 1 minus S. Es kann beliebiges S sein. Es ist aber nicht 0,0. Sie sehen, es wird also eine Aufteilung festgestellt, nicht eine totale Zerstörung des Kuchens, wie beim Ultimatum-Spiel. Also gehen wir da einfach jetzt von einer Auszahlung von S und 1 minus S aus. Warum machen wir das so? Schlicht und einfach, weil wir dieses Drei-Runden-Spiel später als Baustein für unser größeres Spiel benutzen können. Also lösen wir jetzt erstmal diese einfachen Bausteine und schauen, was wir dann damit anfangen können. So, jetzt wollen wir das durch Rückwärtsinduktion lösen. Wie macht man das? Naja, man fängt natürlich bei dem letzten Entscheidungsknoten an. Wer hat die letzte Entscheidung? Das ist hier Spieler 1. Der hat die Entscheidung, ob er ein Angebot von S2 annehmen soll. Er wird das S2 annehmen, natürlich genau dann, wenn das S2 mindestens so groß ist wie das S, das er hier ja sowieso bekommt, eine Runde später. Das heißt, er wird es nur dann annehmen, wenn das S2 mindestens so groß ist. Er wird jedes S2, strikt kleiner als S, auf jeden Fall ablehnen. Okay, das ist das, was er annimmt. Und jetzt kann man natürlich eine Stufe zurückgehen und dann kann Spieler 2 sich überlegen, was er wo anbieten muss. Da er weiß, dass der Spieler 1 auf jeden Fall jedes Angebot S2 kleiner S ablehnt, wird er ihm natürlich genau das anbieten. Er wird ihm nicht mehr anbieten, das wäre überflüssig. Also er wird S2 gleich S anbieten. Er wird ihm genau das anbieten, sodass er es annehmen kann. So, damit haben wir die zweite Stufe eigentlich hier gelöst. Und jetzt überlegen wir uns, was macht Spieler 2 an dieser Stufe hier. Soll er ein Angebot annehmen oder nicht? Er weiß ja selber, er muss dem anderen Spieler hinterher auf der zweiten Stufe S2 gleich S anbieten. Das heißt, für ihn selber ist 1 minus S übrig. Das heißt, jedes Angebot von 1 minus S2, das ist das, was der Spieler 2 selbst bekommt. Wenn das hier größer gleich ist als 1 minus S1, das, was ihm angeboten wird, dann würde er das S1 annehmen. Umgedreht muss es natürlich sein so. Er wird das Angebot hier auf dieser Stufe, dieses hier, das ist das da, das wird er annehmen, wenn es größer ist als das, was der Spieler 2 in der zweiten Runde bekommt, sowieso. Und dann wird sich natürlich logischerweise Spieler 1 sagen, Mensch, ich muss natürlich, und übrigens genau, das ist natürlich gleich 1 minus S, haben wir ja gerade schon S etabliert. Das heißt also, Spieler 1 wird sich auf der ersten, in allerersten Stufe hier überlegen. Er wird dem Spieler 2 mindestens diese 1 minus S2 anbieten müssen. Und das wird er natürlich mit Gleichheit tun, denn er will ihm nicht mehr anbieten, als was sein muss. Also wird er ihm 1 minus S anbieten. Und für ihn selber bleibt dann S. Das heißt, wir haben gezeigt, dass die Rückwärtsinduktion in der ersten Runde wird der Spieler 1 S und 1 minus S anbieten, als Aufteilung. Und der Spieler 2 wird das sofort annehmen. Das ist also jetzt hier das, was ich gerade erklärt hatte. Man einigt sich also sofort auf diese Aufteilung. Das ist ein bisschen langweilig. Das hätte man sich auch schon fast denken können eigentlich, denn wir haben ja hier diese exogene Aufteilung S und 1 minus S. Und es zeigt sich, die zieht sich ganz durch, weil keiner der Spieler natürlich weniger akzeptieren würde, als das, was er hier am Ende kriegt. Kein Wunder eigentlich. Das war aber sowieso nur so zum Warmmachen hier, diese Übung, um diese Logik der Rückwärtsinduktion zu verstehen. Denn jetzt kommt eigentlich das eigentliche Interessante bei dieser Art von Verhandlung, nämlich eine Abdiskontierung. Es ist natürlich so, dass Verhandlungen typischerweise Zeit kosten und damit auch Geld. Das heißt also, wenn eine Verhandlung lange dauert, insbesondere wenn zum Beispiel währenddessen noch gestreikt wird, dann kostet das Geld. Und zwar meistens für beide Parteien. Wir wollen jetzt hier mal annehmen, dass diese beiden Spieler gleich ungeduldig sind und deswegen alle zukünftigen Auszahlungen abdiskutieren. Wenn also eine Auszahlung erst eine Runde später eintritt als eine andere, dann wird sie abdiskutiert und das macht man mit einem Diskontfaktor. Dieser Diskontfaktor heißt Delta und der ergibt sich als einfach 1 geteilt durch 1 plus R, wobei R der Zinssatz ist. Das wird so immer gemacht. Damit kann man zukünftige Auszahlungen abdiskutieren. Zur Interpretation, ein R von 0 würde bedeuten, also ein Zinssatz von 0 würde bedeuten, genau den Fall, den wir eben uns angeschaut haben. Nämlich keine Abdiskutierung. Die Spieler sind extrem geduldig. Jede Auszahlung, auch in der fernen Zukunft, ist genauso viel wert wie eine Auszahlung heute. Das würde entsprechen einem Delta von 1. Das heißt, überhaupt keine Abdiskutierung. Dann, wenn das R sehr hoch ist, der Zinssatz sehr hoch ist, dann wird viel abdiskutiert, weil nämlich wenn R groß ist, natürlich das Delta klein ist. Dann ist man also sehr ungeduldig und im Extremfall, wenn dieser Zinssatz gegen unendlich gehen würde, dann würde das Delta gegen 0 gehen. Und das würde bedeuten, dass eine Zahlung, die in der nächsten Runde kommt, die wäre mir total wertlos. Das heißt, ich lebe nur im Hier und Jetzt und nur Auszahlungen, die jetzt anfallen, sind mir irgendetwas wert. Zukünftige Auszahlungen sind wertlos. Das wäre aber ein Extremfall. Typischerweise, wenn man da jetzt irgendwas, wenn man da realistische Zinssätze einsetzt, dann ist das Delta typischerweise relativ nahe an der 1. Das ist klar. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass jetzt jeder Spieler einen unterschiedlichen Diskontierungsfaktor hat und das macht die Sache dann etwas interessanter auch. Dazu kommen wir dann aber, glaube ich, noch im Aufgabenblatt. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal per Rückwärtsinduktion lösen, aber mit Abdiskontierung. Wir machen genau dieselbe Logik wie zuvor. Wir überlegen uns, der Spieler 1, der ja der letzte Spieler ist, der irgendetwas zu tun hat, der wird am Ende jedes S2 ablehnen, das ihm weniger gibt, als was er in der nächsten Runde bekommt, wobei wir aber in der nächsten Runde die Auszahlung abdiskontieren müssen und das wäre dann Delta mal S. Die exogene Auszahlung ist ja S, aber die fällt erst in der dritten Runde an, eine Runde später und deswegen ist es Delta mal S. Jetzt zeigt sich hier auch gerade, warum wir diese exogene Auszahlung in die dritte Runde verlagert haben, damit wir sie nochmal abdiskontieren können. Das ist ein bisschen künstlich, aber wir werden sehen, das brauchen wir später für das realistischere Modell. Also Delta mal S ist das, was es ihm wert wäre, in der zweiten Runde die Auszahlung der dritten Runde zu bekommen. Und wenn er nicht mindestens dieses Angebot bekommt, wird er das ablehnen. Das weiß Spieler 2 und wird ihm also genau das anbieten. Also vorher hat er ihm S angeboten, jetzt muss er ihm etwas weniger anbieten, nur noch Delta mal S. Weil er ja weiß, der wird auch damit zufrieden sein, weil sonst müsste er eine Runde warten, bis er ans Geld kommt. So, jetzt kann man hier mal kurz überlegen, was passiert, wenn ein Spieler ein Angebot ausschlägt, obwohl er eigentlich indifferent ist. Also wir machen das ja gerade immer die ganze Zeit die Annahme. Der Spieler bietet dem anderen genau das an, wo der so indifferent ist und dann wird er schon annehmen, ist unsere Hoffnung. Und da er indifferent ist, ist das immer eine Möglichkeit. Jetzt könnte man sich fragen, was passiert denn eigentlich, wenn er es nicht annimmt? Nun, dann gibt es tatsächlich kein Gleichgewicht. Und warum nicht? In diesem Spiel gibt es kein Gleichgewicht, weil, wenn der andere Spieler bei Indifferenz ablehnen würde, müsste ihn der andere Spieler ein bisschen mehr geben. Aber dieses bisschen, da er ja hier einen stetigen Strategienraum hat, könnte unendlich klein sein. Und es gibt nun mal kein kleinstes S2, das strikt größer ist als Delta S. Das gibt es nicht. Immer wenn ich eins gefunden hätte, könnte ich noch ein kleineres finden, den ich zum Beispiel nochmal halbiere. Also gibt es dann kein Gleichgewicht aus rein technischen Gründen. Wenn das jetzt Ganze hier, wenn er einen diskreten Raum hätte, dann wäre das anders. So, das heißt also, der Spieler, alle Spieler nehmen immer an, wenn sie indifferent ist. Das machen wir einfach als Annahme. Das ist aber eine Gleichgewichtsbedingung, die tatsächlich erlaubt ist. So, damit haben wir jetzt gesehen, der Spieler 2 wird dem anderen Spieler Delta S anbieten. Für ihn selber bleibt dann 1 minus Delta S übrig. Das ist klar. Und jetzt wird der Spieler 2 sich sagen, ich kriege in der zweiten Runde 1 minus Delta S sowieso. Das heißt, in der ersten Runde werde ich natürlich nichts weniger als diese Auszahlung abdiskutiert annehmen. Und das wäre Delta mal 1 minus Delta S. Das ist das, was der Spieler 2 in der ersten Runde sich garantieren kann. Und das wird natürlich dem Spieler, jedes andere Angebot würde er ablehnen. Und da ja das Angebot 1 minus S1 heißt für ihn, wäre das das, was er ablehnen würde. 1 minus S1 kleiner Delta mal 1 minus Delta S würde er ablehnen. Und deswegen muss ihm der Spieler 1 genau das anbieten. Nämlich das wiederum mit Gleichheit. Das würde dann auch angenommen werden. Und damit haben wir jetzt, was der Spieler 1 für sich selbst bekommt. Nämlich wiederum 1 minus das, was wir da gerade ermittelt haben. Also 1 minus Delta mal 1 minus Delta S. So, damit haben wir jetzt die Lösung für dieses Spiel auch gefunden. Der Spieler 1 schlägt vor, 1 minus Delta mal 1 minus Delta S. Und der Spieler 2 nimmt das sofort an. Also wir sehen nach wie vor, dass diese exogene Auszahlung hier natürlich bestimmend ist. Die hat einen großen, also die hat den ausschließlichen Einfluss auf die Austeilung. Aber dieses Delta spielt eine Rolle insofern, dass wenn das Delta groß ist, dann ist es nicht mehr so, dass das, wenn das Delta 0 wäre, so wie in unserem ersten Beispiel, dann hätten wir nach wie vor einfach nur S. Aber so haben wir halt eine abweichende Auszahlung für die beiden Spieler. Was wir da jetzt gerade ermittelt haben, ist übrigens auch ein teilspielperfektes, teilspielperfektes TSP-Gleichgewicht. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wenn ich Rückwärtsinduktion betreibe und ich habe perfekte Informationen, also sprich keine Informationsmengen, dann ist das Ergebnis immer auch ein teilspielperfektes Gleichgewicht. Weil wir sind ja durch den ganzen Baum durchgegangen und damit ist natürlich an jeder Abzweigung, an jedem Knoten ist natürlich das, was danach kommt, auch ein Nash-Gleichgewicht, weil es ja auch wiederum durch Rückwärtsinduktion ermittelt wird. Also, in allen Fällen, in denen wir keine Informationsmengen haben, können wir davon ausgehen, Rückwärtsinduktion bedeutet oder ist äquivalent zu Teilspielperfektheit. So, jetzt haben wir dieses Spiel mit drei Runden gemacht. Jetzt kann man natürlich dieses Spiel auch, oder dieselbe Logik auch anwenden, auf jede endliche Spiel mit T-Runden, indem wir jetzt einfach noch eine Runde dranhängen, noch eine Runde dranhängen und so weiter und dann die ganze Rückwärtsinduktion durchführen. Das ist ein bisschen mühsam, wenn man das über längere Strecken macht, aber man kann das machen und dann kann man sich überlegen, wenn man ein paar mehr Schritte noch aufgeschrieben hat, wohin dieses S-Stern, das ist das da oben, das soll das S-Stern sein hier, wohin das konvergiert, in Abhängigkeit von T, von der Anzahl der Stufen. Das kann man machen, aber wie gesagt, ist das etwas mühsam. Letztendlich wollen wir aber eigentlich ein Spiel, das unendlich viele Perioden hat. Nicht, weil wir glauben, dass unendlich viele Runden sinnvoll sind, aber weil bei vielen Verhandlungen es nicht wirklich eine letzte Runde gibt. Also wir wollen jetzt hier einfach von einem Verhandlungsmodell ausgehen, bei dem es zumindest potenziell endlos verhandelt werden könnte. Es gibt keine letzte Runde, sondern die Spieler könnten immer noch mal eine Runde dranhängen, wenn sie wollten. Das ist durchaus realistisch für viele Verhandlungen, denn es ist nicht so klar, dass eine Verhandlung wirklich immer zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aufhören muss. So, jetzt haben wir ja also potenziell unendlich viele Perioden und dann haben wir ein kleines Problemchen, nämlich, dass wir keine letzte Runde mehr haben, von der wir loslegen können. Wir wollen ja Rückwärtsinduktion machen, wenn man Rückwärtsinduktion macht, braucht man eine letzte Runde. Das hätten wir hier nicht, wenn wir unendlich viele Perioden haben. Aber wir haben einen Vorteil auf der anderen Seite, nämlich, dass dieses Verhandlungsmodell eigentlich aus Runde 3 genauso aussieht wie aus Runde 1. Und ich würde sogar sagen, es ist bei jeder ungeraden Runde sieht es genauso aus. Also, wenn ich in Runde 1 auf diese lange Verhandlungsperiode schaue oder aus Runde 3 oder aus Runde 5, ich sehe immer dasselbe Spiel. Warum ist das so? Gucken wir uns das nochmal an. In Runde 1 ist der Spieler 1 dran. In Runde 3 ist der Spieler 1 dran. Das ist schon mal gleich. Gehe davon aus, dass der Spieler, dass, wenn ich mir dieses Spiel hier anschaue, was passiert? Dann habe ich unendlich viele Perioden vor mir und der Spieler 2 ist dran und ich habe einen bestimmten Kuchen zu verteilen. Das ist genauso hier. In Runde 3, wenn ich das Spiel plötzlich, wenn ich mich plötzlich hier finden würde und jetzt überlege, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht genauso aus wie in Runde 1. Nämlich, ich habe unendlich viele Runden vor mir und es gibt einen Kuchen aufzuteilen und nach dem Spieler 2 dran. Das heißt, es ist exakt dieselbe Situation, nur, dass der Kuchen natürlich von Runde 1 auf Runde 3 geschrumpft ist. Aber das sind sozusagen Verluste, die in der Vergangenheit liegen. Die kriege ich eh nicht zurück. Das heißt also, die sind irrelevant und es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Ich habe nichts gelernt über den Spieler 2. Das sind eigentlich die einzigen beiden Gründe, warum sich die Verhandlungssituation ändern könnte. Entweder ich habe, man nennt das Stationarität. Ich habe also genau dasselbe Problem in Runde 1 und 3. Stationarität heißt also, die Zukunft sieht immer gleich aus. Man kann nichts lernen über den anderen Spieler. Warum nicht? Naja, weil wir sowieso schon perfekte Informationen haben. Wir wissen alles über den Spieler. Es gibt keine Informationsmengen. Das wäre anders, wenn man ein Verhandlungsmodell unterstellt, bei dem die beiden Spieler über irgendwelche Aspekte des anderen Spielers, über diesen Diskontierungsfaktor oder so, nicht genau informiert sind. Dann könnte das Verhandlungsgebaren durchaus eine Rolle spielen. Hier aber wissen wir alles. Die Spieler wissen über den anderen genau Bescheid und deswegen lernen sie auch nichts. Und deswegen sieht die Zukunft genauso gleich in Runde 1 und in Runde 3 und in jeder ungeraden Runde, in der der Spieler 1 dran ist, immer gleich aus. Und das bedeutet natürlich, was immer wir für ein Gleichgewicht finden, wenn der Spieler 1 in Runde 1 es 1 anbietet, dann müsste er das, sofern er in der Runde 3 auch nochmal dran kommt, auch dort wieder dasselbe anbieten. Das heißt, S1 ist gleich S3. Und außerdem wird er natürlich dem Gegenspieler immer nur so viel anbieten, dass der andere Spieler indifferent ist. Das ist klar. Das heißt also, der Spieler 2 wird genau das bekommen, also 1 minus S1, was er eine Runde später für sich selbst bekommen könnte. Das heißt, was immer S2 ist, wir wissen es noch nicht, es muss sein Delta mal 1 minus S2. Das ist dieselbe Regel, die wir gerade schon benutzt haben. Man bietet dem anderen Spieler immer genau das an, was der in der nächsten Runde sich sichern kann. Es wäre sinnlos, mehr anzubieten und weniger anzubieten würde nicht angenommen werden. Also bietet man ihm genau das an, was der bekommt. Also 1 minus S1 heißt Delta mal 1 minus S2. Und für Spieler 1 heißt das, er wird in der zweiten Runde das bekommen, was er in der dritten Runde sich selbst sichern kann, aber natürlich abdiskriminiert. Also Delta mal S3. Und da wir gerade gesehen haben, dass S1 gleich S3 ist, ist das auch Delta mal S1. Und jetzt packen wir diese Sachen zusammen und das ist schon alles, was wir brauchen für die Lösung. Jetzt packe ich es nochmal zusammen. Ich habe ja 1 minus S1. Ich weiß, das soll sein Delta mal 1 minus S2. Dann ist das entsprechend dieser Gleichung hier. Delta mal 1 minus Delta S1. Außerdem, und das kann ich jetzt ausmultiplizieren, Delta minus Delta Quadrat S1 und dann nach S1 auflösen. Und wenn ich das nach S1 auflöse, dann habe ich unsere Gleichgewichtsauszahlungen. Ja, ich bringe jetzt hier einfach, das ist natürlich Delta aus 1 minus Delta geteilt der 1 minus Delta Quadrat. Und um von da nach da zu gehen, dann erinnere ich mich einfach an die binomischen Formeln und dann schreibe ich das als 1 minus Delta mal 1 plus Delta und dann kann ich das 1 minus Delta kürzen und dann komme ich auf 1 geteilt durch 1 plus Delta. Das ist die Lösung für das unendliche Spiel. Das heißt also, in diesem unendlich wiederholten Spiel, in diesem unendlich wiederholten Spiel bietet Spieler 1 S-Stern an in der ersten Runde und Spieler 2 nimmt es an. Das ist aber noch nicht die ganze Strategie. Die ganze Strategie würde bedeuten, dass Spieler 1 natürlich dieses 1 geteilt durch 1 plus Delta anbietet, auch in den anderen Runden, aber natürlich dann jeweils mal dem verkleinerten Kuchen. Also er bietet immer diesen Anteil an des existierenden Kuchens. Also in der ersten Runde ist der ganze Kuchen noch da. In der dritten Runde würde er natürlich dann nur noch das anbieten, was da ist und so weiter. Also 1 geteilt durch 1 plus Delta Anteil von dem jeweiligen Kuchen. Das ist das, was er anbietet. So sieht also unser unendlich wiederholtes Spiel aus. Wir sehen an der Aufteilung übrigens, das ist ganz interessant, dass der Spieler, der beginnt, der Spieler 1, da das ja hier größer ist als 1 halb, immer etwas mehr bekommt. Es gibt also einen First-Mover-Advantage, denn wenn Delta, Delta ist ja auf jeden Fall kleiner 1, das heißt, dieses 1 geteilt durch 1 plus Delta ist größer als 1 halb. Er kriegt also etwas mehr vom Kuchen. Allerdings, wenn Delta nahe 1 ist, das heißt, wenn die beiden Spieler sehr geduldig sind, dann geht die Lösung gegen 1 halb oder eben 50-50. Das heißt, wenn beide Spieler super, super geduldig sind und sagen, ich warte erst mal auf dein Angebot, das wird sich noch irgendwie zeigen. Wenn man also sehr, sehr gut, sehr geduldig sein kann im Verhandeln, dann kriegt man am Ende einen besseren Deal. Und da beide hier gleich geduldig sind, wird sich am Ende, wenn Delta gegen 1 ist, wenn sie super geduldig sind, dann bekommen sie beide 50-50 und es ist egal, wer anfängt. Für alle anderen Delta hat der erste Spieler einen leichten Vorteil. Das heißt, er wird immer etwas mehr bekommen vom Kuchen. Jetzt haben wir dieses Spiel noch, jetzt haben wir ein Gleichgewicht gefunden, ein Teil spielperfektes Gleichgewicht für dieses Spiel. Man kann sogar zeigen, dass diese Aufteilung von S-Stern und 1-S-Stern, die wir hier gerade ermittelt haben, das einzige Teil spielperfekte Gleichgewicht ist, in diesem Spiel. Dazu müsste man etwas mehr Arbeit noch reinstecken. Das können Sie, wenn Sie sich interessiert, zum Beispiel in den Spieltheoriebüchern von Osborn oder von Osborn und Rubinstein sich anschauen. Dort wird das genau erklärt. Auf jeden Fall ist aber dieses, unser gefundene Gleichgewichtsauszahlung, ein Teil spielperfektes Gleichgewicht. Jetzt kann man sich natürlich noch ganz viele Variationen anschauen und Osborn und Rubinstein haben auch ein Buch, nur ein ganzes Buch über dieses Modell geschrieben, in dem sie sich anschauen, was kann man damit alles noch ermitteln. Wichtige Fragen sind zum Beispiel, was passiert, wenn einer der Spieler geduldiger ist als der andere Spieler. Das kann man sich mal als Hausaufgabe anschauen. Oder was passiert, wenn einer der Spieler eine Outside Option hat. Das kann man sich gut vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem, Sie wollen Ihr Fahrrad verkaufen und dann kommt der Käufer und sagt, ja, was soll es denn kosten? Und dann sagt der Käufer aber auch noch, ich habe noch ein anderes Angebot für ein Fahrrad von 80 Euro. Dann ist klar, dass Sie, wenn diese beiden Fahrräder gleich gut sind, höchstwahrscheinlich keinen besseren Preis raushandeln können. Außer diese Outside Option ist dann eben erst vielleicht eine Woche oder einen Monat später relevant. Vielleicht kriegt man das andere Fahrrad später. Und das wäre genau so etwas. Also Outside Options kann man damit auch schön modellieren. So, das war eine Kurzeinführung in das Rubinstein-Verhandlungsmodell.